Hallo zusammen, Eizocca hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Neugeschmiedete Bestimmung anzunehmen beim Aschenist Githwin. In den schallenden Tiefen, an dieser Stelle im Gebäude drinnen. Vorquest war das Gewicht einer Welt. Ich zeige euch jetzt noch das Gebäude von draußen. Also hier drin. Also hier sind diese Treppen. Hier hinein. Und mal schauen, was er von uns will. Was ist angenommen? Und jetzt darf man die Sprechblase anklicken. Falls er euch Anweisungen geben will und ihr sie nicht lesen könnt, müsst ihr hier auf Allgemein gehen, Einstellungen, Anderes und hier alle Hacken rein machen. Sprechblase anklicken. Alle Werkzeuge repariert. Ah, okay, hier gibt es keine Anweisungen anscheinend. Man muss eben nur die Code zurück hineinwerfen, indem man sie benutzt. Wir sind bei 84% und ich glaube, das ist das Letzte. Bereits zur Abgabe. Okay, das war einfach, weil es gedacht ist, ist abzugeben beim Maschinist-Gitwin in den Schallendantiefen an dieser Stelle im Gebäude drinnen. Eingang habe ich euch am Anfang gezeigt. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.